Hallo zusammen, Heizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, dunkler Auftragsmörder anzunehmen beim Meister Matthias Shaw im Schattenhochland an dieser Stelle. Vor Quest war Nuwe und Matthias. Wir sind auch schon mitten im Questgebiet, sollen hier Anhänger eines dunklen Auftragsmörders sammeln. Was ist das für einen Rauch? Nichts für die Quest. Mal schauen, wo diese dunklen Auftragsmörder zu finden sind. Das ist keiner, das ist auch keiner, das ist auch nichts. Ah, schaut mal, es wird ein riesengroßes Questgebiet angezeigt, aber die sind nicht überall zu finden. Das sind hier diese Geister, dunkler Auftragsmörder. Und da haben wir schon ein Quest-Item. Wie es aussieht, Patrouillieren, die hier diese Wege entlang. Zweites Quest-Item. Wie es aussieht, bis jetzt 100% Rob-Chance. Schauen wir mal, wo wir noch welche finden. Hier ist noch einer. Schnell, looten. Noch ein Quest-Item. Jetzt brauche ich noch zwei. Ja, da ist nichts. Hier schaut mal, hier ist auch einer. Solltet ihr gar keine finden, dann könnte es sein, dass andere Spieler sich schon getötet haben und ihr müsst warten, bis sie wieder erscheinen. Ein normaler Elementar. Hier auf dieser Wege gibt es auch noch einen. Also es gibt mehrere. Ein bisschen verteilt im Quest-Gebiet, aber es gibt einige. Und da habe ich schon die fünf Quest-Items. Schauen wir mal. Schaut mal, hier ist noch einer. Hier sind keine mehr, wie es aussieht. Oder? Und da wäre noch einer. Also einfach das große Quest-Gebiet absuchen und auf den Wegen schauen. Da patrouillieren die. Wurst ist dann abzugeben bei Meister Matthias Shaw im Schattenhochland an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Auch indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. Ciao.